Ja, moin Leute, ich bin's mal wieder, euer Marcel und herzlich willkommen. Ja, meine PS3 ist wieder da. Ich war eben da, habe sie abgeholt. Es ist eine neue Festplatte, also die Festplatte von meiner PS3 war kaputt. Deswegen sind alle meine Spielstände weg. Battlefield-Spielstände, MB3-Spiel, alle Spielstände weg. Also das heißt, ich muss alles von vorne machen, alle Waffen von vorne erspielen, alles von vorne erspielen. Das ist nicht so schlimm. Mein Account ist auch weg, da ich das Passwort von meinem Account nicht mehr weiß. Ja. So ist das nun mal, leider. Ähm, ja. Ich habe einen neuen Account, und zwar XT, adde den. Da dürft ihr mich alle drauf adden, wenn noch Platz ist. Also das heißt, wer schnell genug ist, kann mich auch adden. Wäre wirklich nett, wenn ihr mich überhaupt adden würdet. Ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Euer Marcel.